Hallo liebe Stickies Freunde, es ist wieder soweit unser Hashtag 3, unsere dritte Ausgabe, unsere dritte Sammler, unsere dritte Ausgabe von den Stickies. Wie waren wir denn ein bisschen einkaufen? Liebe Vögel, ein bisschen ist ein bisschen übertrieben. Wir haben viele grüne mehr dabei und viele blaue. Wie viele wir diesmal gesandt haben, zählen wir natürlich viel mehr durch. Bei mir wäre die Comicoda 85, hinter der Kamera sitzt wieder Romans Pyjama, glaube ich. Ich werde es wie immer bei Instagram verlinken die beiden Personen. Also zählen wir durch wie viele wir heute haben. Schätzungsweise, ich würde sagen 20. 25, sagt Kamerakent. Ja, dann wollen wir starten. Also wir haben heute, natürlich wie immer, kurzer Hinweis. Die blauen könnt ihr kaufen 50 Cent, doch bis Ende des Monats, bis Ende September bei Lidl. Die grüne bekommt ihr für 15 Euro Einkaufswert jeweils dazu. Je nachdem, wer eine Kast sitzt, gibt es manchmal auch zwei, drei mehr. Also die nehme ich ja nicht ganz so genau. So, also los geht's. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29, 31, 31, 31, 31, 35, 37, 38, 38, 38, 40, 41, 42, 42, 42, 42 Stück. Heute für euch schon auspacken. Wenn es wird knistert in der Kamera, im Ton, die Mira, die Kamera am Ton, dann liegt das an der Mira. So, also. Dann schauen wir mal. Uns fehlen noch 1, 2, 3. Drei Figuren fehlen uns selber noch. Und mal sehen, ob wir die drei vollbekommen werden. Wir haben natürlich auch die doppelte von der letzten, von der letzten Ausgaben. Das sind die hier. Das sind unsere derzeit doppelten. Unter anderem Mr. Banana. Da hieß... Sepp. 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 Sepp Rennigan. Unsere Zitrone. Zisch. Zisch. Ne, X. X. Zisch oder X. Ist auch klar. Okay. Unsere Ananas. PA. PA. Unsere Paprika. Superbell. Superbell. Unsere Avocado, glaube ich, müsste es sein. Aubergine. 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 Nein. Smob. 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 Dann haben wir drin eine Birne. Wo ist sie drin? Ich weiß nicht, wo sie ist. Peer. Peer. Lopp. 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 Dann haben wir drin Wein. Eli, Eve und Ellie. Dreiköpfig. Dann haben wir drinne Bruccoli. Bruccoli. Wir haben drinne Erdbeere. Als Doppelten. Tommy. Wir haben drinne Wassermelone. Melo, glaube ich. Ja, Melo. Melo, Melo. Und wir haben drin Potato, Kartoffel. Loppelten. Loppelten. Also das ist schon mal ein Doppelten. Auch mal sehen, wie viele, in der Ende bei der Kamera, wie viele, wie der diesmal zum Krieg kommt, das muss beiseite. Vielleicht gibt es am Ende des Videos auch noch eine kleine Überraschung. Wir werden es sehen. Und die Miras folgt gleich einmal zu. Mr. Sepp. Sepp als Doppelter. Der kann jetzt wieder Bepp. Sepp, bist du weit gelassen? Wie der Aubergine. wieder eine aubergine dann haben wir da kommt der sepp noch eine banane also wir können schon machen wir haben eine karotte wir hatten eine korte eine korte ein neuling in unser set das ist ja unser album hier schon wissen wir haben schon alles fast voll uns wird noch zombie nehmen wir so olaß und tommy finden das ist eine kürbis und tommy ist ist eine frucht keine ahnung was von mir sein soll jetzt haben wir ein doppelter das ist misst er mit zwei letzten zwei noch bekommen abzuwarten war bis jetzt man muss auch mal sagen sind manche das ist sehr häufig vertreten und ich würde mal sagen zu den seltensten behaupte ich mal so ist bei uns im set gehört kürbis und der eine den ich nicht erkennen kann das ist eine kürbis oder der tommy kürbis und erdbeeren tomate jetzt kommt wieder ein doppelter bis der ananas potato mr brockoli was gewesen wenn wir das die weintrauben ein bisschen unser kamerakind für den extra mikrofon ausstatten die wird immer so leise so ähm apfel glaube ich würde es sein ja das ist ein apfel brauche ich haben wir da was schön für den apfel ja wo denn was da oben ja auch hier äh apfel ich müsste keine ahnung der pomme der pomme der pomme äh ein blutpasma wir haben es hier drin nom nom was war das rote bitte rote bitte die mera sagt rote bitte nom nom dann wieder eine karotte eine karotte die wir heute neu bekommen ja heute neu bekommen und auch gleich eine doppel davon eine karotte und nochmal mister potato ähm loros 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 glitzastig loros glitzastig 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 och schönes auch ne sind vielleicht zu selten mit der weltkämpfere pal� und die halloween variante die hier die die ola kommt erst am dreißigsten neunten raus potato ist noch mal bei uns und drei kopfsystem und macht sehr viel lernen das war es ist okay ist okay ist okay verstehst du nicht was so wir haben drin wir so weitermachen sind die dinger bat alle recht im flug erkannt und doch verband ein orange auch die könnte kaufen ich glaube das sind die blüse mit blüse Jetzt hat die Kamera auch mal ein Blues gefangen. Mal gucken, ob unser High-End Special Effect genügend Power hat. Ich glaube eher nicht. Nein. Doch, wir hätten nicht. Oh! Ja, sieht alle geiler aus jetzt. Nochmal Blues. Jetzt tut Mira die ganzen Blues-Bluse auspacken. Die Blues-Blase ist aber so jetzt hier. Oh. Der Wiss war so flach. Guck dir das auch mal hier. No. Noch ein Blues. Mira, wir bräuchten eigentlich nur Tommy und Ola. Ich glaube unsere Samml-Aktion spontan endet in Ausgabe Nummer 4. Obwohl ich gar nicht da bin. P&A. P&A, glaube ich. P&A. Äh, Apfel war wieder. Apfel war... P&P. 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 P&B. unsere Erdbeere. Emma. Hör mal zu an. Ich habe auf Instagram schon eine Nachfrage gehabt, ob wir auch tauschen. Ja, natürlich. Wir tauschen auch gerne mit euch. Aber das Ganze machen wir noch nicht jetzt, sondern erst nach der offiziellen Sammleraktion. Weil wenn wir jetzt mit euch tauschen, man fängt, ihr wollt eine Erdbeere haben und wir kriegen dafür den Kürbis. Denn ergert man sich dreifach, wenn man quasi da 2,99€ Versand bezahlt. Und danach kriegt man bei Lidl zufällig beim nächsten Einkauf mitfällen. Also wenn es nach der offiziellen Sammleraktion ergebbar ist. So, weiter geht's mit Blue. Dann haben wir Gurke. Blitz, das ist der Blitz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja Freunde, wen haben wir denn jetzt neu? Den? Blues! Olaas! Olaas! Und hier sieht man gar nicht. Der Olaas ist in unser Team mit eingerückt. Wir haben also unser Set mittlerweile komplett fast voll. Komplett fast voll? Gut deutsches. Olaas! Zieht bei uns mit dem Team ein. Dann sammeln wir die letzten 2 Wochen, kann man ja sagen. Dauert der Axel nur noch circa? Mit der eine Woche. Für eine scheiß Figur. Also wenn ihr mal den Tommy über habt, ihr könnt mir schon mal bei Instagram anschreiben, wer es mag. Bitte Privatnachrichten. Nicht auf BDL, dann gucke ich es oft nach. Oh, Tag. Licht. Unser Spooky Olaas wäre natürlich genial, wenn es ein Hellebien-Gesicht wäre, wenn er noch leuchten würde. Was gab es letztes Jahr? War es letztes Jahr? War es letztes Jahr? War es letztes Jahr? War es eine leuchte City Spy? Ich weiß es gar nicht. Wir haben... Smeggy. Smeggy und ich halte dich schon wieder zum dritten Mal. Smeggy. Smeggy. Nicht die Maggie. Und äh... Mr. Pepper Bell. Hast du gemerkt? Nein, nicht Pepper Bell. Super Bell. Super Bell. Super Bell. Super Bell. Super Bell. Die Paprika. Und das war Mr. Mello. 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 Au. Das war Vince. Betonung Opa. Ja. Wir gehen wieder Wenden. Ja. Irgendwann. Wir haben ihn doppelt. Das ist halb so wild. Aber das war Vince. Der ist einmal... Hat mal große Verschwinds. Mr. Karotte, den wir heute neu bekommen haben. Ja. Und wir brauchen doch nur den Tommy. Nicht Mello. Mira. Mello. Mello. Mann, wir hätten uns jetzt einen Scherz machen können. Und eigentlich alle Tüten aufgefahren müssen oder uns notieren müssen, damit man weiß, was wir investiert haben, um das ganze Set von uns zu bekommen. Ich kaufe mal einen Durchschnitt. Ich kaufe mal einen Durchschnitt. Kaufe ich mal bei Lidl. Kann ich ruhig so sagen, bin nicht mehr ehrlich. Äh, jetzt nicht, was wir von der Kasse kriegen. Da frage ich mich nicht. Aber wenn ich bei Lidl einkaufen bin, einen Groß einkaufen mache, immer so 5 Euro, das heißt 2, 4, 6, 8, 10 Tüten immer ein. Das ist immer ungefähr nicht bei jedem einkaufen, sondern quasi bei einem größeren einkaufen. Und ja. Also, äh, schon ein bisschen Geld drin in der Album. Ich schätze mal so 20 Euro, um die wir schon rein investiert haben. In den Selbstkaufartikeln. Ja. Gut, weiter geht's mit Blue. Blue Manchu. Mal gucken, wen wir nicht mehr verdoppelt haben. Äh, die Kamera kann ich moderiert mal weiter. Laut da reden bitte. Ähm, weil ich suche, solange man den, äh, den Mira da irgendwo hinfreut hat. Die Ananas ist PA. Ha. So groß war der Aufwand gar nicht gewesen. Da ist er wieder. Nochmal. Aber der Flug bis man fuß wird soll. Nochmal bis der Blue. Ich bin nicht noch Hoffnung. Der letzte ist, wenn ich nicht. mal entscheide. Ob wir noch mal investieren müssen oder nicht, oder ob wir mal tauschen kann oder nicht, oder... Hallo. Huckuck. Ah. Das doppelt einfach. Eine Verletzung, weil es ja ich mein, eher Erdbeere sticky. So, den Letzten hat Mira jetzt in der Hand für die heutige Ausgabe. Gibt das eine Folge 4, in der wir noch weiter sammeln müssen? oder eine Folge 4, wo wir ein Gewinnspiel machen. Wie ja immer gesagt, wenn wir ein Album noch komplett 2 kriegen sollten, verlosen wir das. Wenn eins fehlt, kommt das zu verlosen. Also gibt es Ausgabe 4 mit Gewinnspiel oder gibt es Ausgabe 4 mit, wir müssen nochmal auspacken und für eine schöne Figur, ich reiße mir den Ausgaben zusammen, Mira lüfte das Geheimnis. Ja, Freunde, es gibt eine Ausgabe 4, wir haben es nicht geschafft, wir haben das jetzt nicht verweilt, der Tommy macht, haben wir den Tommy wirklich da nicht zu sagen, wir gucken ja ihn mal durch, wir wollen ja gucken, wie viele wir doppelt haben, also jetzt spontan aus meiner Sicht haben wir den Tommy nicht dabei. So, Kamerati kann ja ein bisschen mithelfen, also das sind ja alles unsere doppelte die Geschmack, gerne verschenken können, beziehungsweise für das, beziehungsweise für das Kratisalbum nutzen, was wir dann an euch verschenken werden. Ich fange mal an, ich seh mal hier die Ananas aus, also eins, zwei, drei, ich brauche noch zehn, dann können wir ja auch zehn, hier zeigthauts, fünf, sechs, siebenmal Ananas, das speichern das ist mal bei den originalen namen ich nehme jetzt mit der pb einmal zweimal das war schon zweimal mit der pb der war ein bisschen sparsam hier mal melo so ist mich mal okay dann ist es okay erdbeere einmal wieso ist er das nicht okay einmal zweimal dreimal vier mal vier mal die erdbeere acht mal die halbebeere auvergine haben wir zweimal einmal hier rote beete laut mir dann haben wir ist es eine bohne ja ne ich denke mir ja eher mr bean eine bohne eine bohne ja eine bohne haben wir vier mal die weintraube wahrscheinlich brokkoli eins zwei drei gesundheit vier mal brokkoli halt fünf mal brokkoli sechs mal kartoffeln dann ist er das nicht nein einmal die orange zweimal apfel jetzt wird es bitte zitrone einmal zweimal zu dem bild drin fast jetzt wieder mehr dreimal zitrone zwei mal die mohne ein saatkopf und eine bohne guti also führen tu glaube ich ein 1 2 3 4 6 7 8 7 mit dem ananas ananas 1 2 3 6 führen in unserem sortiment führt führen in unserem sortiment führt auch nicht schlecht in unserem sortiment führt im moment mit acht früchten also sind mehr dran es sind immer drei früchte pro ding aber jetzt als anspruchung gesehen acht mal blaubeere ist in unserem sortiment drin also vorne es geht weiter wir brauchen nur noch den tommy ob für den tommy bekommen das lösen wir in den nächsten ausgabe wieder nächste woche mittwoch 2015 hier auf pro 7 nein hier auf youtube natürlich und denkt dran ab nächste woche ist es ja quasi schon vorbei ob wir noch eine folge machen können danach und noch eine fünfte folge machen können weiß ich nicht theoretisch ist das nicht aber auch schon vorbei mit der sammelei dann beschicken wir unser gratis album was wir denn unter allen leuten die es haben mögen ver-losen also bis dahin es war abschließend die comicoda 85 tschüss mir beziehungsweise romans pyjama auf instagram beziehungsweise meiner werte namens marco lorenz folgt mir auch unter marco lorenz-youtube da sind auch alle aktuellen ausgaben von mir bilder videos hunde sie da sie ja sie hat auch schon mal gepostet sie hat schon mal gepostet ja und ob sie weiter geht bis bald bis bald so wird man den müll auch nicht an sie sie Vielen Dank.